Warum Überschriften für Ihren Werbeerfolg so wichtig sind? Nun, auf die richtige Schlagzeile kommt es an. Lernen Sie, wie Sie die Wirkung Ihrer Werbetexte mit den richtigen Überschriften durch die Decke gehen lassen. Steigern Sie Ihren Umsatz, indem Sie potenzielle Käufer so unentrindbar in Ihre Verkaufstexte hineinsaugen, als sei es schwarze Löcher. Machen Sie sich den einzigartigen Überschriften-Textbaukasten zunutze, der Ihnen mehr als 3000 anpassbare Top-Headlines liefert. Auf die richtige Schlagzeile kommt es an. Werbefüchse wissen das schon seit Anbeginn der schriftlich formulierten Akquisitionskunst. Probieren Sie es selbst aus. Was lesen Sie als erstes, wenn Sie die Tageszeitung durchblättern? Richtig, die Überschriften. Die Überschrift entscheidet, ob Sie einen Artikel lesen oder nicht. Wenn die Überschrift nichts vom Teller zieht, strafen Sie den Haupttext mit Nichtbeachtung. Sie verschwinden daraufhin nicht einen Blick. Ist es nicht so? Den selben unerbitterlichen Gesetzen von Beachtung und Nichtbeachtung unterliegen Werbetexte. Deshalb ist die Überschrift das Wichtigste. Ihr eigentlicher Werbetext kann noch so raffiniert, noch so informativ und noch so verlockend formuliert sein. Wenn die Überschrift ein Rohrkropierer ist, zündet auch der Rest nicht mehr. Dann war alles für die Katz. Keiner liest den Verkaufstext. Nur welche Schlagzeilen wirken wirklich? Wie findet man sie? Wie textet man sie? Das ist eine Kunst, die in deutschen Landen so gut wie gar nicht vermittelt wird. Nur gut, dass es dazu meinen Ratgeber gibt. Sein Titel sagt alles. Auf die richtige Schlagzeile kommt es an. Ich selbst stütze meinen gesamten Vertrieb fast ausschließlich auf PR und Werbetexten im Internet. Ich weiß daher, wie immens wichtig gut getextete Schlagzeilen für die Erfolgsquote von Anzeigen, Werbebriefe, Mailings, Websites, Presseberichte und so weiter sind. Auf Basis meiner gesamten jahrzehntelangen Erfahrung habe ich diesen Ratgeber für Sie geschrieben. Lesen Sie ihn und Sie werden ein Ass im Schreiben zündender Überschriften. Die Vorteile des Buches auf einen Blick. Es ist leicht verständlich und praxisnah. Sie wollen oder können keinen teuren Textspezialisten bezahlen? Das macht nichts. Mein Ratgeber zeigt Ihnen, wie Sie ganz ohne Vorkenntnisse Überschriften schreiben können. Die Leser anziehen wie ein Balkonlicht die Nachtfalter. Es zeigt Ihnen, was Ihre Leser und Käufer wirklich interessiert. Sie finden Ihr Angebot unwiderstehlich. Ihre Leser nicht unbedingt. Denn die haben ganz andere Interessen als Sie. Mein Ratgeber bringt Ihnen bei, sich voll und ganz auf die Bedürfnisse Ihrer Interessenten einzustürmen. Denn nur so werden aus Interessenten auch Käufer. Es liefert Ihnen einen einmaligen, überaus praktischen Baukasten für perfekte Schlachtzahlen. Suchen Sie sich aus 3000 genialen Profi-Vorlagen die Überschrift aus, die zu Ihrem Angebot passt. Wandeln Sie sie nach Ihren Wünschen ab und schon haben Sie eine zu kräftig verkaufsstarke Headline. Einfacher geht es nicht. Mit diesem einzigartigen Ratgeber haben Sie immer und mühelos die richtige Überschrift zur Hand. Kostenlose Informationen finden Sie auch auf der www.erfolgsonline.de oder auf dem YouTube-Kanal unter diesem Video. Der Link führt direkt dorthin. Gehen Sie Ihren Weg. Bleiben Sie stark. Ihr Wolfgang Rademacher